Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Natürlich muss auch ich etwas zu der neuen Solarförderung, die durch das Verkehrsministerium angestoßen wurde, sagen. Wobei ich nicht nur auf die Bedingungen und Beträge eingehen möchte, sondern auch ganz klar formulieren, warum das für mich eine Mogelpackung bzw. reine Klientelpolitik der FDP ist. Beginnen wir mit der Klärung, worum es eigentlich geht. Vor einer ganzen Weile kam aus dem Verkehrsministerium Meldungen, dass eine Förderung für E-Autofahrer geplant sei. Wer eine PV mit Speicher hat, solle eine Förderung für eine Wallbox erhalten. Jedenfalls war es bei mir und ich glaube vielen anderen auch so angekommen. Das macht ja auch Sinn, denn für die Photovoltaikanlagen und die Speicher war seit Anfang des Jahres die Mehrwertsteuer ausgesetzt worden. Für Ladesäulen betrug sie aber weiter die vollen 19%. Ich selbst hatte ja basierend darauf meine PV-Anlage bestellt, die Bestellung einer überschussfähigen Wallbox aber noch nicht ausgelöst, denn ich wollte auf die versprochene Förderung warten. Wie gesagt, die PV und der Speicher wurden ja bereits über das Wirtschaftsministerium mit der Steuersenkung gefördert. Nun kommt also die neue Förderung aus dem Verkehrsministerium und sieht völlig anders aus als gedacht. Schreibt mir das gern unten in die Kommentare, wenn ihr Wissings Aussagen im Frühjahr so verstanden hattet, wie das, was jetzt wirklich letztlich kam. Rein von der Theorie wäre meine Anlage perfekt für das KfW 442-Programm, wie es offiziell heißt, gewesen. Gedacht ist es für private Wohnhäuser, also keine Wohnungseigentumsgemeinschaften, keine Mietgebäude, es sei denn, es gehört euch und ihr bewohnt eine Einheit, und auch keine Feriendomizile, es sei denn, es liegt in Deutschland und ihr legt euren Wohnsitz dorthin. Für eine Photovoltaikanlage mit mindestens 5 Kilowatt Peak gibt es 600 Euro pro KWP, gedeckelt auf max. 10 KWP, also 6.000 Euro. Dazu kommen für jeden Speicher größer 5 Kilowattstunden nochmals 300 Euro pro Kilowattstunde, hier ist ebenfalls bei 10 KWH Schluss, sodass es für den Speicher maximal 3.000 Euro Förderung gibt. Dazu noch 600 Euro pauschal für eine Wallbox, dann sind wir bei 9.600 Euro Fördersumme. Nochmals 600 Euro gibt es, wenn die Wallbox auch bidirektionales Laden unterstützt, also aus dem Auto auch das Haus versorgen kann. So wirklich gibt es die meines Wissens noch gar nicht. Auf der IAA wurden wo welche vorgestellt, aber dann hapert es an den Autos. Ich bin mal gespannt, wenn die offizielle Liste der förderfähigen Wallboxen online ist, welche da als bidirektional angeboten werden. Mit meiner 9,96 KWP-Anlage, dem 10,2 Kilowattstunden Akku, der Wallbox und den zwei E-Autos müsste ich also eigentlich locker die 9.600 Euro beantragen können. Soweit, wie gesagt, die Theorie. In der Praxis scheitert es bei mir gleich an mehreren Voraussetzungen. Die erste Hürde würde ich noch nehmen können. Alle drei Komponenten für die Solarspeicher-Ladeanlage müssen kombiniert bestellt werden. Ist noch kein E-Auto vorhanden, muss auch zumindest dessen Bestellung vorliegen. Erster Fall strikt bei mir, die Anlage ist schon lange bestellt. Bei fast allen mir bekannten KfW-Förderungen müsst ihr erst die Förderanträge stellen und dürft erst, wenn die ihr Go gegeben haben, eine Bestellung auslösen. Ich habe das ein paar Mal in meinem Mecklenburger Werk durchexerziert und die sind da sehr beamtengründlich, was die Datumsprüfungen angeht. Auch bei diesem Förderprogramm heißt es, erst Angebote einholen, dann Anträge stellen und erst, wenn die Bewilligung da ist, die eigentliche Bestellung auslösen. Meine Anlage hatte ich aber schon vor knapp zwei Monaten bestellt. Jetzt wird bestimmt manch einer denken, ja mei, dann soll er halt die Bestellung stornieren, die Anträge neu stellen, neu bestellen und die Förderung kassieren. Wahrscheinlich ist das einer der Gründe, warum ich zwar durchaus wohlhabend bin, aber niemals reich sein werde. Mir widerschreben solche Handlungen grundsätzlich. Ich gehe nachher noch darauf ein, warum ich die Ausgestaltung der Förderung per se schlecht oder nennen wir es eher unfair finde, aber trotzdem kommt es für mich nicht in Frage, schon gar nicht, da die Anlage, so alles klappt, schon nächste Woche kommen soll. Trotzdem bin ich mir sicher, dass diverse Solateure gerade Anrufe bekommen mit genau so einem Stornierungs- und Neubestellungswunsch. Schaut man sich den diesjährigen Zubau an PV-Anlagen an, so hat allein schon die bereits erwähnte Aussetzung der Mehrwertsteuer zu einem starken Anstieg geführt und diverse Anlagen sind derzeit noch im Vorlauf. Ich lege mich mal fest, dass nun einige versuchen werden, den eben gerade von mir skizzierten Weg zu gehen. Nun hatte ich eben ja auch schon davon gesprochen, dass wir nur scheinbar die Bedingungen für die Förderung erfüllen würden. Und das ergibt sich aus den Förderbedingungen. Unser Haus ist ein selbstgenutztes Wohngebäude und die Installation einer PV-Anlage ist grundsätzlich bei uns möglich. Woran es bei uns aber zusätzlich scheitert, ist, dass ich ein reines Elektroauto im Eigentum eines im Haushalt Lebenden befinden oder zumindest von diesem bestellt sein muss. Warum wir daran scheitern? Nun, der i3 ist dank des RECs rechtlich ein Plug-in-Hybrid, die glücklicherweise nicht gefördert werden und der iX3 befindet sich im Eigentum meiner Firma. Und erfüllt damit ebenfalls die Kriterien nicht. Freiberufler sind hier gegenüber angestellten Firmenwagenfahrern mal wieder klar im Vorteil. Man kann diese Förderung meiner Meinung nach auch locker Klientelpolitik nennen. Dazu muss das ganze System so aufgebaut sein, dass der Solarstrom zuerst ins Auto, dann in den Hausspeicher und ganz zuletzt erst ins öffentliche Stromnetz geht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, mit welchen technischen Kniffen das überhaupt funktioniert. Ich meine, für die Zappi gäbe es eine solche, allerdings zusätzlich zu kaufende Vorrangbox. Die anderen werden da dann wohl nachziehen. Etwas seltsam wird es dann, wenn man die Höchstförderung bekommen möchte. Dafür muss die Wallbox, wie bereits erwähnt, bidirektional sein. Also nicht nur ins Auto laden können, sondern von dem auch wieder ins Hausnetz zurückspeisen. Warum man dann aber trotzdem noch zwingend einen Speicher im Haus braucht, werden wohl nur die Verkehrsministerialen wissen. Genauso wird es deren Geheimnis bleiben, warum Hausneubauten explizit ausgeschlossen werden. Schauen wir aber doch nun vielleicht mal, warum ausgerechnet der Verkehrsminister, welcher allein schon durch die beständige Ablehnung eines Tempolimits dafür aber Bewerbung von eFools zeigt, dass ihm Klimaschutz vollkommen egal ist, nun eine Förderung für PV-Anlagen aufsetzen lässt. An wen wendet sich denn dieses Programm? Leute, die ein eigenes Haus haben und die die Kosten mal eben aus der Portokasse vorfinanzieren können. Denn die Prüfung auf Auszahlung erfolgt erst ab März 2024. Je nach Montagetermin wird der Solateur bestimmt nicht so lange auf sein Geld warten wollen. Jetzt kommt ein Disclaimer. Achtung, im Folgenden kommt eine bewusste und hochgradig sexistische Übertreibung. Der Anwalt, Notar, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Zahnarzt und ähnlicher FDP-Stammwähler wird nun also, ohne auch nur im Entferntesten auf eine solche Förderung angewiesen zu sein, die Anträge stellen und der Frau als neuen Zweitwagen irgendein möglichst billiges E-Auto hinstellen. Vielleicht ist er doch auch ein wenig E-Auto-affin und bestellt sich als Funmobil einen MG Cyberstar, der dann bei schönem Wetter so zweimal im Jahr am Wochenende statt des Q7 TDI aus der Garage kommt. Wie sagte mir vor Jahren mal ein Freund, die Steuerberaterprüfung war echt haarig. Aber danach hatte ich eine staatliche Lizenz zum Gelddrucken. Und nachdem ich den Wirtschaftsprüfer auch noch geschafft hatte, hätte ich nur noch durch eigene Blödheit nicht reich werden können. Na nun übertreibt man nicht. So viele Leute aus den genannten Berufsgruppen gibt es ja gar nicht in Deutschland. Tja, habt ihr euch mal mit dem Fördertopf beschäftigt? Da liegen zwar medienwirksame 500 Millionen drin. Was heißt das aber im Endeffekt? Gehen wir davon aus, dass die meisten auch plus minus 10 kW verbauen lassen. Reicht das mal für gerade 50.000 Anlagen? Bei etwa 18 bis 19 Millionen Hausdächern ist das eher ein Witz bzw. reine Symbolpolitik. Denn was wird passieren? Warum ist das Ganze als eigenes KfW-Programm aufgelegt? Nun, der werte Herr E. Fuhlswissing wird sich irgendwann nächstes Jahr hinstellen und uns eine super duper Rechnung vorlegen, wie viel CO2 sein Ministerium durch diese tolle Maßnahme eingespart haben wird. Ich denke, wir können gesichert davon ausgehen, dass es eine ziemlich gewaltige Summe werden wird. Nur noch mal zur Erinnerung. Die Ampel hat im Koalitionsvertrag stehen, dass sie bis 2030 15 Millionen E-Autos auf den deutschen Straßen haben will. Sie lässt die durchaus erfolgreiche BAFA-Prämie auslaufen. Verweigert das Tempolimit, welches eine viel höhere Akzeptanz für das E-Auto fördern würde. Und nun kommt der Verkehrsminister mit einer reinen Reichenförderung. Sorry, und dann wundern die sich noch über Politikverdrossenheit? Nicht falsch verstehen. Ich will die genannten Berufsgruppen nicht bashen. Aber ich habe zum Beispiel gerade für eine kleine Unternehmensänderung 22.000 Euro bei einem Notar und zusätzlich vierstellige Beträge bei Steuerberatern und Anwälten gelassen. Warum zahlt das Verkehrsministerium solchen Leuten oder theoretisch natürlich auch mir ein gutes Drittel einer Solaranlage? Warum fördert der werte Herr Minister nicht günstige E-Autos für einkommensschwächere Schichten? Eines der Hindernisse auf dem Weg zum E-Auto ist ja oft der Preis. Wie wäre es mit einer BAFA-Prämie von 6.000 oder 8.000 Euro für E-Autos mit einem Bruttolistenpreis unter 50.000 Euro, gekoppelt an einer Abfrage des Familieneinkommens, welches, sagen wir, 60.000 Euro nicht übersteigen darf? Was ist denn ein weiterer, ganz wichtiger Grund für die Ablehnung von E-Autos in der Bevölkerung? Ich wohne zur Miete und hier ist weit und breit keine Ladesäule. Wie viele davon hätte man durch Kommunen bauen lassen können, wenn die die 500 Millionen zweckgebunden zum Ladesäulenbau bekommen hätten? Aber was erwarte ich schon von einer Partei, deren Boss sich gegen die Kindergrundsicherung sträubt, weil wir dafür angeblich kein Geld hätten, gleichzeitig aber seinem Parteikollegen eine halbe Milliarde für reine reichen Förderungen zuschustert? Nur zur Klarstellung, es geht mir hier nicht um Neid, weil ich die Förderung nicht bekomme. Da hätte sich, wie bereits erwähnt, schon irgendwas deichseln lassen. Ich brauche sie schlicht nicht. Jetzt könnte man natürlich fragen, warum ich es nicht gut finde, wenn Wohlhabende staatliche Förderungen bekommen. Es kommt doch vom Staat, leidet ja schließlich keiner drunter. Da bitte daran denken, dass der Staat genau gar kein Geld hat. Das, was er einnimmt, sind unsere Steuern. So zahlt also, wieder bewusst überspitzt formuliert, die alleinerziehende Mutter ihrem Zahnarzt und der in der Mietwohnung lebende Malocher seinem Steuerberater die Solaranlage mit? Nochmals, wie bereits gesagt, mir geht es nicht darum, die besagten Berufsgruppen zu bashen. Die wären schön blöd, wenn sie die Förderung nicht mitnehmen. Genauso, wie ich mich freue, dass ich für meine Anlage keine Mehrwertsteuer zahlen muss. Aber richtig und fair ist das definitiv nicht. Und sowas stört mich halt gerade in der heutigen Zeit, wo die Gesellschaft gefühlt täglich weiter auseinanderdriftet. Und ja, ich weiß, dass mir jetzt wieder irgendwelche Heinis Kommunismus vorwerfen werden. Aber schreibt mir das gerne unten in die Kommentare, wie ihr das seht. Bin ich da zu einseitig? Wird die Förderung von teuren Solaranlagen tatsächlich die Akzeptanz fürs E-Auto vergrößern? Findet ihr es gut, dass Leute, denen Geldsorgen grundsätzlich unbekannt sind, mal wieder Geschenke von der FDP bekommen? Ich freue mich schon sehr auf eure Antworten. Und wer dieses und andere Themen gern mit mir live diskutieren möchte, der komme einfach nächsten Samstag, den 23.09.2023 zum Treffen nach Hamm. Bis dahin verbleibe ich, euer Stefan Lenz. Bis dahin verbleibe ich,